die links von mir jungs die gehen auf uns los vor euch frontal kommen auf und zu gute ziele company schießt den ich gerade auf unsere nur einer zu flach weitermachen viel zu flach man auf die entfernung kopf zu ganz stücken drüber nutzt die die noch nicht geschossen haben ähm nordwest sind unsere verbündeten da stehen die company tick tick aim recover mehr right 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 ready ja und zwar ja die stehen da habt ihr sich dann feuer zu über den kopf jungs über den kopf weit über den kopf ja wenn ich schießen kann ich traurig sein da brauche ich mal ein bisschen hilfe tiberius wir haben hier ein anforderung von drei wir dürfen es aufzahlen das stimmt oder willst du alle nehmen ich nehme alle aber wenn du den hinteren Teil und den hinteren Teil nicht rein chargen sondern rücken sichern marius wohin gehört direkt die erste mal noch in r mão los dich bis unterstützung für die arz die halten ja nicht bei kinden macht der art ein bisschen platz links ist hier immer noch feinde tiberius man sieht einzelne köpfe dann feier bei kompany commence feier nco nco commence feier richtung südwesten aim südwest feier ich glaube ich habe den artiller dazu gehofft wir sollen die protze dran machen oder du meinst wegen artillerie ist das doof wo ist die eigentlich die schießt oder nicht weiß ich nicht hier direkt am vr hier die protze meine ich ja die zielen die wirken da können wir nicht wir müssen links vielleicht ein bisschen weiter versuchen vorzukommen der ist wieder da wir sind viel zu wenig mein spiel ist echt unglücklich abgeschmiert alles gut finden wir einen nach vorne das heißt wir kriegen gleich kundschaft auf unseren dücken sagt mal einer der arz die das wir geben ansonsten alle anderen los folgt eurem offizier zum nächsten plan oder ja und feier oder ja feier feier ab nicht schaden nicht schaden noch mal direkt kommt jetzt direkt dort mein detachment rechts linke flanke herr ist kommt jungs rüber zur trussler kommt kommt das mein detachment ist ziemlich geschmutz es waren viele ja wir kriegen hier vorne wieder kommt mit alle nachgeladen und nach links männer sehr gut jungs halten die drei nein ich meine wir hatten sie eben gesehen das sind zu hier genau wir halten hier ja da sind sie an ihrer arz der ring schön feiert die jungs macht ihr sehr gut leute weiter kilt die an der arz der ring ja schön sauber schütze sehr gut die feind art die lädt im norden eine kanone knallt die ab jungs die ist übrigens geladen das war der was denn konzentriert das feuer auf die geschützbedienung ja auf alles was die pömpel träge in der funktion schleppt da links der im weißen hemd genau der im weißen hemd ihr macht das gut ihr macht das sehr gut 10 dollar für den der der bitte weißen hemd erwischt jungs und da kommen sie in der welche hinter da ist das weißen hemd macht die tot wenn ich beschütze private tiberius ja die sind eben da rechts gegangen geschützt mit schiffen beziehungsweise auge nach rechts bei der abdung die arti cross pass auf feld ich voraus schön halt sie ist feier stein ich hab das geschützt extra offen gestellt damit ihr gleich hab's abgeknallt im notfall ne ja top danke wir wissen noch nicht wer die kommen das ist vor uns das ist ein bisschen wie arti verliehen ok halt du hast bei hat auch dazu крifte b schluss fran der berlin der ist der der Sie kommen, der A.U. Kill'em! Kill'em! Hau, 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 kill'em! Bleib hier! Bleib hier! Du musst bloß erinnern, hier bleiben! Halt euch bereit! Tristan, möchtest du die Falle tragen, bitte? Der hat gerade besser aus. Überall um dich herum. Ihr haltet! Steiner, mal wieder unsere Rücken im Auge Richtung Nordwesten. Der Rest richtet sich aus Richtung... Richtung Osten. Mein Intention mit Richtung Osten, mit Ausnahme Steiner. Wartet, Jungs, wartet! 1.50 Uhr! Das dauert nicht. Er sammelt sich gerade und dann kommt die große Charge. Und wenn der gewinnt, wenn wir den gewinnen, dann haben wir's. K.G. Wir haben Bewegung, das West! Wartet, 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 das West! Was hat er ihr gesagt? Wartet! Hopp, hopp, hopp! Weint, Retouchment! Wir zurück an die Protze! Auer nach West und an die Protze. Der Wandel! Der Stapses! Komm, knallt ja! john skirbt! Gibt unsere Ate noch in Deckung, kommt �immer! Der Stapfe in Richtung West und da stehen sie … macht sie kaputt. Die haben Deckung, die haben keine. Nein. Da kommt noch mehr von links. Guck mal, da kommt was von Blau kommt. Werfen? Werfen? Ein Blute! Genau so! Geh Bluten! Ich versuche dort ein Artilleriegeschütz zu bewandeln. Sorgt dafür, dass das kein Erfolg hat. Wir haben die Nord-West! Wir werden gechargt! Wir werden gechargt! Leffel! Knüppel-Time! WDR mediagroupciBedlein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020